Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mie-Nachrichten war der 26. Juli 2022. Eine neue Eiscremesorte ist momentan in aller Munde. Die Ist-Anbul-Molkerei hat letzte Woche eröffnet und mit dem Verkauf von Eiscreme begonnen. Das Besondere ist, dass Kunden dort Eis kaufen können, das in der Form des eigenen Gesichts daherkommt. Die M-Doku-Hoo sagte nach dem Verzehr seines Eises, Gau, die Kugel sah ja genauso aus wie ich. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Da bin ich jetzt aber erleichtert. Film da wer mit einer versteckten Kamera? Danke fürs Zuschauen. Ich bin die M-Cat-Glo. Der 26. Juli war das Sendedatum dieser Mie-Nachrichten. Die M-Doku-Hoo ex-DM-Cat-Glo.